Herzlich willkommen zum ersten Eindruck von Metro Awakening und zwar der PC-Version. Wir gucken uns jetzt mal die Steam-Version an, was die vor allem hier für Einstellungsmöglichkeiten bietet, so rein grafisch. Und dazu gehe ich hier mal in die Optionen auf Grafik. Hier gibt es für mich eine ganze Menge einzustellen. Die Kantenglättung könnt ihr einstellen. Ihr könnt ihr wechseln zwischen TAA, FDXAA, TSR, noch irgendwas? Ja, und Aus könnt ihr auch noch machen. Ich lasse es mal hier auf Standard-TAA. Dann die Helligkeit könnt ihr einstellen, soll dann die Nebel könnt ihr in verschiedenen Qualitätsstufen einstellen. Ich habe es jetzt mal auf Ultra stehen. Partikeleffekte lasse ich auf hoch. Dann haben wir hier noch die Auflösungsskala und die ist wirklich entscheidend, je nachdem, was ihr für einen Rechner habt. Also wenn ich jetzt hier noch höher gehe, dann fängt es bei mir auf jeden Fall deutlich an, von der Framerate zu schwächeln. Also mit meiner 3080 kann ich da nicht noch höher gehen. Ich bin aber ja hier schon nicht mehr auf der Mitte. Ich bin hier schon eins höher gegangen und es sieht auf jeden Fall schön scharf aus. Also auf jeden Fall deutlich schärfer als PlayStation VR 2 Version. Auch schon hier auf der mittleren Einstellung. Und das sieht schon echt sehr, sehr nett aus. So, Schatten habe ich auf hoch gestellt und Texturen, die ich auf der PlayStation VR 2 Version ja ziemlich schlecht aufgelöst fand, habe ich jetzt hier mal auf Ultra gestellt, also auf das Maximum. Und von Weitem sieht das auch erstmal alles auf jeden Fall sehr gut aus. Wir gehen jetzt einfach mal rein in das Spiel, laufen mal so ein bisschen durch die erste Passage da durch, durch den Vorspann, um dann mal uns anzugucken, wie das Ganze so wirkt hier auf dem PC. Ich spiele das Ganze ja gerade mit der Pico 4. Das ist natürlich dann auch je nach davon abhängig, was ihr für ein Headset benutzt, wie gut das dann vielleicht auch aussieht. Die Auflösung hier von der Pico 4, die ist echt super. Also sieht richtig klasse aus von der Auflösung. Schwarzwerte und sowas ist natürlich jetzt dann hier bei der Pico nicht so dolle, wenn ich jetzt das mit der PlayStation VR 2 Version vergleiche. Man könnte natürlich aber auch die PlayStation VR 2 an den PC anschließen, dann hast du wieder die Schwarzwerte und die Farben und auch eine gute Auflösung. Aber ich spiele das Ganze jetzt hier mal mit der Pico 4. So, hier bei Zuschauer, das ist übrigens noch eine Sache, die finde ich auch ganz nett, gerade wenn man dann am PC das hier streamen oder aufzeichnen möchte. Und zwar kannst du hier einen Zuschauerbildschirm anschalten und dann kann ich festlegen, was ihr in der Aufnahme sehen sollt. Da kann man zum Beispiel die Kamera glätten. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel auf hoch gehe und mir den Kopf bewege, dann wird das für euch so ein bisschen geglättet. Diese ganze Bewegung finde ich schon eine nette Sache. Helligkeit kann ich für euch auch noch irgendwie erhöhen. Es ist ja oftmals so, dass es im Headset eigentlich gar nicht so dunkel aussieht, aber dann in der Aufnahme oder im Stream es einfach wirklich sehr, sehr dunkel ist. Das kann man hier noch anpassen. Das Sichtfeld, Ultra HD, Tiveroo Ultra HD oder Früh HD. Ah ja, okay. Reicht eigentlich Früh HD. Spielerelemente ausblenden, Untertitel anzeigen. Ja, also hier kann man noch eine ganze Menge auf jeden Fall einstellen. Finde ich schon mal ziemlich cool. Ansonsten hast du natürlich auch die ganzen anderen Optionen, die du auch bei der PlayStation VR 2 Version hast. So, ich gehe jetzt hier einfach mal auf ein neues Spiel und dann gucken wir uns mal den Polo an. So, dann bin ich jetzt hier wieder in diesem Startraum und den habe ich mir auf der PlayStation VR 2 auch ein bisschen genauer angeguckt und da zum Beispiel so auf bestimmte Texturen auch geguckt. Zum Beispiel da hinten, so diesen Wehrbalken. Und ja, ich muss sagen, also dafür, dass es auf Ultra steht, sieht das jetzt auch nicht wirklich besser aus. Ich gucke mir hier nochmal, da hatte ich mir nämlich auch geguckt bei der PlayStation VR 2 Version. Also ganz ehrlich, da sehe ich jetzt nicht wirklich einen Unterschied hier jetzt bei den Büchern und bei dem Bücherregal. Das sieht jetzt für mich nicht nach irgendwelchen Ultra-Texturen aus. Also das sieht eigentlich, würde ich sagen, genauso aus wie bei der PlayStation VR 2 Version. Aber insgesamt hast du hier ja auf jeden Fall eine höhere Auflösung. und das sieht wiederum schon ganz cool aus. Gehe jetzt mal hier raus. Auch hier so der Zug, würde ich sagen, vielleicht minimal ein bisschen höher aufgelöst die Textur als jetzt auf der PlayStation. Aber jetzt keine Welten, würde ich sagen. Ich müsste da auf der PlayStation hier nochmal auf diesen Zug hier achten. So, und dann achten wir hier auch nochmal bei der Dame hier auf die Klamotten. Hallo, und auf die Haare und so. Das sieht genauso aus. Das sieht jetzt hier nicht nach Ultra aus, finde ich. Also auch hier sieht man, glaube ich, dass die Hauptplattform, auf die programmiert wurde, wahrscheinlich die Quest war und dann einfach nur dementsprechend noch ein paar Grafikoptionen noch gegeben wurden, um das Ganze so ein bisschen hochzuschrauben. Aber wirklich viel besser. Sieht jetzt hier dicht aus. Guckt euch mal hier auch so seinen Mantel an hier und so. Das sieht eigentlich genau so aus wie auf der PlayStation. Die Auflösung ist besser. Die könnt ihr halt hochregeln, dann auch je nachdem, wie gut eure Karte ist. Aber ansonsten muss ich sagen, sieht eigentlich ziemlich identisch aus zur PlayStation-Version. Lasst manche Texturen vielleicht ein bisschen besser aufgelöst sein. Aber auch nicht so, dass ich jetzt sage, boah, die Texturen sehen aber jetzt hier geil aus. Ich werde mir das auf jeden Fall noch mal angucken im Side-by-Side-Video. Da kann man es vielleicht noch mal ein bisschen besser sehen, die genauen Unterschiede. So ist es wirklich schwer auszumachen für mich. Würde ich sagen, sieht gleich aus. So, jetzt sind wir hier wieder in diesem Wagen. Hier kann man auch ganz gut noch mal sich die Texturdetails vielleicht auch angucken. Also, die Hände sehen übrigens richtig geil aus. Also, die sehen auf jeden Fall deutlich besser aus als auf der als auf der PlayStation. Wahrscheinlich allein dadurch, dass die Auflösung hier halt höher ist. Aber jetzt hier vorne so dieses dieses Pult hier in meinem Wagen. Wie gesagt, ich habe jetzt die Texturdetails auf Ultra und ihr seht, dass das hier nicht besonders Ultramäßig aussieht. Also, es sieht immer noch ziemlich low aus. So von der Auflösung vom Texturdetail also da würde ich sagen, ist der Unterschied nicht allzu groß. Ich fahre jetzt mal los. So, ich glaube, es reicht auch schon jetzt von irgendeiner PC-Version. Also, ja, die Auflösung, die ist halt höher, je nachdem, was ihr für eine Grafikkarte habt. Ansonsten finde ich den Unterschied aber eher marginal. Also, auch von den Texturdetails und sowas nimmt sich das jetzt nicht wirklich was. Auch von den Schatten und so. würde ich jetzt mal sagen, dass es ziemlich identisch aussieht zur Playstation 2-Version. Also, da wäre bei beiden Versionen noch definitiv mehr drin gewesen, so von den Texturdetails und so von den Charaktermodellen. Aber wie ich beim Playstation 2-Video schon gesagt habe, das Spiel an sich, das ist klasse. Hat eine richtig tolle Atmosphäre, eine tolle Präsentation. Audio-visuell passt das hier alles wirklich sehr, sehr gut. Also, vor allem die Soundkulisse, finde ich auch echt klasse und die ganze Stimmung, Lichtstimmung und sowas alles, das macht einfach eine tolle Atmosphäre. Gruselig, ein paar Schocker habe ich auch schon erlebt. Also, da macht das Spiel auf jeden Fall alles richtig. Steuerungstechnisch funktioniert das auch alles gut. Hier auf dem PC bisher auch keine Probleme und von daher auf jeden Fall ganz klar eine Empfehlung Metro Awakening und dann danke ich euch an der Stelle fürs Zuschauen. Schreibt gerne mal in die Kommentare, ob ihr euch das Spiel gekauft habt, vielleicht für den PC oder für die Playstation oder ob ihr noch überlegt, ob ihr euch das Spiel kauft. Ich bin der Meinung, das ist auf jeden Fall ein VR-Highlight und sollte auf jeden Fall auch in jede Bibliothek gehören. Dann bis zum nächsten Mal. Vergesst nicht, dem Video ein Like da zu lassen und den Kanal zu abonnieren und dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Bis zum nächsten Mal.